So und damit herzlich willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Nachdem ich mich zweimal noch mal aufregen musste, habe ich es endlich geschafft. Notenjagd oben auf der Mauer. Oh mein Gott. Ja, man muss hier rollen und ja. Es ist einfacher, wenn man in einem durchrollt, aber wenn man dann halt zwei verpasst, dann muss ich ja noch mal neu starten. Also muss ich ja noch mal losrollen und das ist dann halt ein bisschen schwieriger. Deswegen ist es egal. Komm, wir haben es geschafft. Schwamm drüber. Hauptsache geschafft. Hauptsache geschafft. Ich will davon nichts mehr sehen. So. Das ist Mond 56. Verstehe ich, hätte ich gesagt nicht, aber beim Aussichtsturm soll. Also nicht nur da ist ein Mond, aber wir sollen mit dem Segel Manda dahin. Und ich glaube, dass... Ah da. Ich sehe es auch schon. Och nö. Da muss ich ja noch mal dahin. Nein. Okay. Machen wir so. So. Verirrt im hohen Wipfeln. Gut, dann begehen wir uns zu Luigi. Wenn ich wüsste, wo er noch mal steckt. Steckt er da unten? Ich glaube, er steckt da unten. Ja. Luigi steckt da unten und ich glaube, ich weiß auch wo. Okay. Das ist der Hase. Ich dachte, das wäre jeder Stein. Aber das ist der Hase. Komm her. Na, das ist nicht der Hase. Nein. Ich glaube, das ist... Entweder da drin oder da drauf. Ich sage erstmal da drin. Okay, ich sage da drauf. Ach nee. Ach nee. Ach nee. Komm, gehen wir da hoch. Und dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal einfach. So. Ist es die Nuss da oben, oder? Es wird die Nuss da oben sein. Behaupte ich einfach mal. Howdy. Das ist die Nuss da oben. Ach Gott. Ähm. Ich darf wieder mit dem Segelmann da fliegen. Yay. Oder segeln. Also mit den Glidern. Äh, gut. Aber hier weiß ich wenigstens, wo ich hin muss. Was die Sache ein bisschen erträglicher macht. Nun gut. Nun gut. Blick hinab auf die Goombas. Ich frage mich trotzdem, wo beim Aussichtsturm da bitte der Mond sein soll. Hier soll auch noch ein Mond sein. Da hinten sehe ich schon mal einen Mond. Das kann ich schon mal sagen. Hier wird es ein Tick-Tack-Turnier sein. Das war super. Weißt du was? Dann nehme ich einfach gleich die Notenjagd. Vielleicht habe ich da mehr Glück. Wie soll ich die Notenjagd bitte schaffen? Okay, das verstehe ich nicht. Das ist viel zu hoch für mich. Wie soll ich denn die Notenjagd schaffen? Das verstehe ich echt nicht. Bekomme ich da mit so einem Streck-Ding hin? Bekomme ich überhaupt so ein Streck-Ding in der Nähe? Ich glaube nicht. Nee. Das bekomme ich hier gar nicht. Ah doch, bekomme ich. Okay, fuck is this. Dann machen wir die Notenjagd. Das musst du halt aber erst mal wissen. Gerade eben. Aber das war dann auch nicht so schwer. Notenjagd schreckt dich. Ja, wie soll ich das denn machen? Ja. Vielleicht ein bisschen nachdenken, mein Lieber. Okay. Da hinten ist das also. Sehr schön. Tic-Tac-Turnier 3. Ich bleib hier einfach mal oben. Aber ich glaube, hier waren wir noch nicht. Gehen wir zum Schlemmerland. Ja, hier waren wir noch nicht. Sehr schön. Dann haben wir das auch erledigt. Geheimfahrt zur Schmausspitze. Sehr gut. Dann haben wir schon mal später im Schlemmerland weniger zu erledigen. Okay, das klärt aber nicht die Frage, was da noch zu tun ist. Also Cooper Freerunning ist ja klar. Hier muss aber trotzdem noch was sein. Vielleicht unten? Okay. Ja, ich sehe da nur eine Nuss. Die da vorher nicht war. Und deswegen brauche ich eine nette Streck. Eine Streckpflanze. Damit ich da rankomme. Dann müssen wir hier den ganzen Weg da wieder hoch. Komm. So, dich hätte ich gerne. So. So. Ich bin die Streckzwiebel. So, da hinten hätte ich auch noch eins bekommen können. Ja, ja. Egal. Die Nuss vom Roboter-Lagerraum. Ich weiß echt nicht, was da hinten sein soll. Aber komm. Gehen wir nicht zum Aussichtsturm. Gehen wir zu den recht offensichtlichen. Vielleicht kann ich ja jetzt damit jemanden sehen. Gehen wir zu den nächsten Mal. Ne. Aber dafür sehe ich hier den Mond. Und da noch eine Nuss. Die ich holen sollte. Dann machen wir das doch mal. So. Hoch oben auf einer Felswand. Gut. Wenn wir da jetzt weitergehen. Wir müssen ja irgendwo dort. Achso. Haben wir noch nicht gemacht. Wir haben ja hier die. So. Das kam ja jetzt als neu dazu. Aha. Also können auch diese Mini-Monde neu dazukommen. Ganz interessant. Das ist sehr interessant. So. Dann haben wir das hier. Sehr schön. Zack. Mondstücke im Wald. Und wo war jetzt noch mal. Muss ja hier auch irgendwo gewesen sein. Weiß nicht mehr so genau. Genau. Gehen wir mal hier hin. Mal sehen. Also da drin ist so weit ich weiß nichts. Wenn ich dem richtig entnommen habe. Aber hier irgendwo wird was sein. Und auch nicht. verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Aber gut. vielleicht muss ich das ja auch gar nicht verstehen. Wenn ich herausfinde. Okay. Hier ist der Eingang. So. Ich weiß nicht, ob wir das schon gemacht haben. Ja. Das haben wir schon gemacht. Ja. Das haben wir schon gemacht. Dann gehen wir noch mal zum Aussichtspunkt. Und ähm. Gucken einfach mal. Mal sehen. Hab ich hier irgendwo die Gelegenheit. Ne. Hab ich nicht. Ähm. Ich brauch so einen Panzer. Ich brauch ja eigentlich einen Panzer. So. Okay. Leg ich mal mit Glideon einfach da hin. Nein. Ich hab's verbockt. Und ich hab gesehen da bei diesen Aufsichtspunkten. in den Aussichtspunkt sag ich schon. Dem Ort. Da ist ein Hut. Vielleicht ein neuer Gegner. Ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So. Dann sind wir mal mit Glideon hier angekommen. Und wir geben uns hier hin. Mal sehen, was wir dort haben. Ein neuer Gegner. Wer weiß. Oh. Dann spuckt Gumbas aus. Immer noch weitere Gumbas. Ei, ei, ei. Ja. Das hat super funktioniert. Ich glaub, das müssen wir ausschalten, um einen Mond zu erhalten. Nun gut. Dann mal gucken. So. Dann bieten wir mal einen Gumba. Keine Kugeln will ich nicht. Ich will den Gumba. Also so ein kleiner Mini-Boss gefällt mir. Hier, was jetzt kommt, gefällt mir nicht. Ich schaff selbst nicht, ich schaff nicht aber das. Wenn es so weiter geht, muss ich mir halt so ein blödes Königsherz holen. Das will ich ja nicht. Ich will es mir nicht holen müssen. Ja, natürlich. Ja. Okay. Ja. Okay, weißt du, was das ist? Das ist für den Hintern. Das ist es, das. So, hier. Oh, die sehe ich. Ich hole mir jetzt das blöde Herz. Das ist ja sowas von mies. Nicht nur, dass er diese komischen Stachel Dinger hat. Nee. Meint sogar noch, schieße ich auch noch Kugeln hinterher. Ich meine, warum denn auch nicht, ne? Kann ja nicht schaden. Also ihm nicht. So, jetzt haben wir wenigstens sechs Läden. So, machen wir uns ein bisschen einfacher. Ja, es fängt schon an. Es fängt schon an. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Das musste ich machen. Sonst hätte er mich bekommen. Das muss ich ja irgendwie verhindern. So, den Eingromba brauche ich noch. Den hier auch noch. Ja, gut. Gut, dass mir das jetzt so gar nichts gebracht hat. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg da. Geh weg. Was soll ich denn da machen? Meine Güte. So, der will wenigstens nur zwei Treffer. Das ist gut. Das ist wenigstens ansatzweise fair. So, Unruhestifter im Himmelsgarten. Unruhestifter Indeed. Indeed, nicht Ingrid. Boah, das ist blöde Werbung. Gut. Dann mal gucken. Gehen wir mit dieser Plattform mit. So, und dann müssen wir jetzt da hoch. Hallöchen. Ich bin hergekommen um Kreatur zu sehen, die sich gerne in den Himmel strecken. Uah. Wie soll ich das bekommen? Wie soll ich deiner mal nach an so eine Kreatur herankommen? Bitte teile mir deine Idee mit. Ich hab da das Herz verschenkt. Ja. Natürlich. Also, er will wirklich, dass ich mit so einer blöden Zwiebel jetzt mit so einer blöden Zwiebel den ganzen Weg da entlang... Super. Klar, ich hab ja sonst nichts anderes zu tun. Vorwahrert nummer. Das war da, oder? Und müsste ich hier hin, um die Zwiebel zu bekommen. Ja, okay. Ich bin richtig. So, wenigstens etwas. Wenigstens etwas Richtiges. So, zack. Geben die Zwiebel. So. Und damit dürfen wir jetzt den ganzen Weg wieder gehen. Ich freue mich. So, das ist ja hier kein Problem, aber ich meine, dieser sehr moderate Weg. Wer jetzt halt nicht den sichersten Eindruck macht. Ein Wesen, das ich um ein Vielfaches seiner Größe nach oben strecken kann. Ich hatte ja so gehofft, einen zu sehen. Diese Kreatur ist im Tierreich einzigartig. Jetzt verstehe ich endlich, wie das alles funktionieren kann. Geheimnis gelüftet. Mieswurz getroffen. Okay, ist ein Mieswurz. Gut zu wissen. Okay. Ich würde gerne noch wissen, wo der letzte Mond sein soll. Der soll ja hier irgendwo sein. Jedenfalls habe ich es auf der Karte gesehen. Und wenn die Karte mich jetzt nicht auf den Arm nimmt, dann gibt es ja auch noch was. Aber ich glaube, sie hat mich auf den Arm genommen. Denn ich meine, das haben wir schon. Das wäre nicht toll. Ich verstehe nicht, wie manche Monde da sind und dann doch wieder nicht. Ich habe keine Ahnung. Also jetzt ist hier wieder ein Mond da. Ich habe keine Ahnung. Was will mir das Spiel sagen? Ach so, es ist das Ding. Ich freue mich. Ich werde versuchen, das Ding zu fangen mit dem Segelmander und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Super Mario Odyssey, wenn ich das Ding gefangen habe. Bis dann. Tschüss.